ja hier leute ich bin's wieder markus verladen vor erlischen leute platt ist so wie es diesmal nämlich auch für es bin es nicht da er kann nicht nicht seine schuld sondern er ist ein internet anbieter wahrscheinlich Prozent sein internet spinnt sein internet geht nicht auf seinem pc er ging bei mir auch nicht heute früh aber dann schon hatte ich das glück so ich bin wir spielen absen ich werde mal hier manchmal so rum so bittchen so ein bisschen erstmal den klizisten feuerbse kattenträger wie immer keine challenge heute machen wir ja mal zu zweit darum spiele ich einfach so ja wohl er ist ein kill zwei vorlagen die nachricht schnell weg schnell hier ich habe es nicht geschafft geil und ich war schlecht jetzt bin ich halt mir gerade aber auch glaub okay leute jetzt passiert nichts jetzt haben wir zurück wieso das sind denn ich gehe wahrscheinlich was klar ist ich komme ja von da ich finde die musik immer noch geil bei den garten da bist du da und gegen mich kann es halt nicht viel ausrichten die feuer ist auch nicht so schwer aber das geht kann man schon haben hier ist alter sieben abschlussserie machen hier neue abschlussserie leute muss wenn nächstes mal knacken aber es wahrscheinlich nur sieben werden auch schade aber sieben kiss kein netz das ist scheiße ich habe auch schon mal ein ganz woche ende ohne internet verbracht das war grausam der wurde war kaputt ich weiß viel aber trotzdem feuer alter ok dann machen wir laser biegen ist immer schön worte hat uns abgegeben soll nämlich mal danke scheiß besser da oben er voll wieder nach schluss jahr zwei aber das ist ja nichts besonderes überhaupt nicht unsere verteidigung steht sehr gut mit dem käse sprung so ein sturm besiegt für das erste das wird glaube ich eine schnelle runde tot lol ich hab daneben geschossen habe eingekillt yes oder ich glaube schon äh weiß nicht muss ja gucken dass wir hier aufräumen und und von das z 1 sturm mit erster ganz klar 13 külsähe unsere 205 külsähe ich habe nicht gelebt das muss man hier heiß biel machen das ist also so die hier in schiess garten einnehmen die pisse so tot haltet sie auf sehr gute runde wenn wir rechner ein ende dran oder für euch das schon die 190 punkte passt 16 küls höchste abschüsse er 7 wenn ich sehr sehr gut kann jetzt öffnen schade oder glitzerpäckchen 30.000 so dann würde ich sagen wir sehen uns gleich wieder wahrscheinlich wenn ich dann nicht hier ist wieder am start folgenden dann gehängt und ich bin diesmal die soms was spielen wir wissenschaftler wenn immer dann mehr das biologe giftig paleontologen mit dem wir machen den wir wechseln und lust auf den hat das ist meine aufgabe wir schon jetzt sind einmal zum ist einmal zum nicht sehr schön Garten ist auch nicht so gut es ist ein ende um ein loch meint so sonderoptionsstrahl hätte ich wiederbelebt oder nicht nein ich hätte glaube ich nicht wiederbelebt schade ich bin verbindet wollen zeitlich okay so gar nicht versuchen die jetzt mal von hinten und greifen wenn sie nicht gespottet haben okay wo nur wieder ein alter wie viel hat er gelegt und ich sie es auch immer nie ich sie es nie das ist das problem sie sind hier keine klemmers bildet fühlt sich keine minen nicht gar nichts okay bei viel hart und habe ich die laser-mine immer gesehen was ja eigentlich fast immer ich bin zweimal davon gestorben ich versuche es mal wieder schadet ja nicht oh man oh man oh ich hasse dieses feier von den fucking feiernadel ey die ist op ist wirklich op ey aber charakter wechseln machen wir mal äußer wem machen wir denn was denn gut ey weiß ich gar nicht ich finde den normalen einfach geist blommel fuck you oh ich würde wow das war boah alter was what da ist ja noch einer oh man drei pumpskrutz zombies und er wollte mich glaube ich wiederbeleben naja habe ich zu spiel gesehen hm 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 vergess immer das ist wichtig das oh wieviel das sind wios um ok auf hoho hier ist alter alter ist ja so geil wenn ich diese auch noch geholt hätte es ja was so geil gewesen wirklich es wäre richtig geil es war mal ein geiler wando der bietet stört das war mal ein geiler one das war geil ohne teleport an die wir das schon ein dem ist gut da können wir uns ein dritter wenn wir nicht vorher getötet werden was scheiße wäre ich glaube ich den äußerlich gegessen mehr leben viel damage da das war's mit der die da das war's fliegen geht der zombie schwimmen feuer ist hart um sechs abschüsse die erste anpassen was haben wir denn hier schön haben wir waffen design auch wo er da mit viele ich 2 krumm auch an die ich will plan was will man sich mal virtuell ist ja man nice Zeit zum Aussehen, muss auch sagen. Oh! Oh, fuck. Shit, 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 shit. Oh mein Gott. Was? Lol. Das war ein Alter, war das Leck. Alter, hat das gerade gelegt. Das ist wie die Saison. Alter. Ich hoffe, du nicht. Ich hoffe, du nicht. Das ist dort. Mieser, das ist. So, dann. So kommt man hin. Oh. What the fuck? Hey, das ist ja das Feuernadel, ne? Der langweil. Ich bin überhaupt nicht. Das ist so schön. Ich bin überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht. ähm, beschwören? äh, na, montag nicht mhm, mhm, mhm mhm sieht die Lage aus da unten bitte, warte, halt die Klinge aber zu Damage und dann whatta ähm mhm mhm, mhm mhm, mhm, mhm tsch 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 Ja geil, das war ein richtig geiler Weggegang. Meine Fresse. Loll. Vorschlag. Fick dich. Ich störe die Mega Blume. Da hab ich mir nur was gedacht. Immer tief liegen, wenn diese Dinger noch stehen. Sonst wird das nix. Ich war nie hier, ich bin nie hier, ich bin nie hier, alter. Ich sterbe. Ich sterbe. Ja. Ich sterbe. Bam. Ich bin einfach zu gut für ihn. Oh, fast eine Zehner. Aber da kommt Gift und Gift SP. Kioga 80. Und Mega Blume ist down, Leute. Wir haben es geschafft. Finde ich schön, finde ich schön, finde ich schön. Um. Mega Blume. Sehr schön. 15.000. 130 Punkte, sehr, sehr schön. Geile Sache. Nochmal. Unglaublich Glitzer Pack. So. König umgedrehter Wikinger. Okay. Goldener Football Kopf. Gold ist super hart. Goldene Beindrückte Golfhut und silberne Taschenlampen. sehr gut. Dann machen wir noch ein Nachschub per Eck. Das hat nie Schaden. Ja. 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 Ich bin ganz schön. Ja. 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 Ja.